Kurze Sache zwischendrin, und zwar bin ich über einen Tweet gestolpert mit einem Plakat von der CDU Elmshorn. Wir haben einen Plan, Glasfaser für alle. Da wollte ich kurz eine kleine Schulung machen hier. Und zwar, liebe CDU, ihr habt da leider was verwechselt. Das hier, das sind Kupferkabel. Das hat man früher mal benutzt. Glasfaser geht anders und nicht, dass da noch irgendwie was falsch passiert. Möchte ich euch gerade zeigen, wie das mit der Glasfaser geht. Das heißt also, wir fangen erstmal an und dafür brauchen wir erstmal eine Glasfaserstrecke. Das ist sowas hier. Ist ein kleines Käbelchen. Da ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, Glas drin. Das kommt in zivilisierten Ländern aus der Wand, direkt neben dem Strom. Das müsst ihr holen und dann müssen wir das abisolieren. Ist am besten mit einer Abisolierzange. Einfach ein bisschen holen, kräftig ziehen. Dann kommt hier so ein bisschen Haar außenrum. Das ist ein bisschen Isolierung. Und innen drin haben wir hier in dem Fall den Mantel. Der ist hier orange, wie man hier sehen kann. Den müssen wir auch nochmal abisolieren. Können wir also nochmal hier durch die Abisolierzange jagen. Und hier vorne haben wir jetzt das Glas. Ich weiß, sieht man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Aber da vorne, da ist noch ein bisschen Glas. Ich denke, da kann man es so ein bisschen erahnen, dass da etwas ist. So, das müssen wir jetzt natürlich noch in den Switch reinbekommen. Das geht am einfachsten mit einer sogenannten Krimpzange. Man holt erst mal hier so ein Ding. Das stülpt man hier drüber. Das ist nachher, dass es nicht so knicken kann. Glasfaser ist ja knickempfindlich. Und dann braucht man einen Stecker hier so ein. Den nimmt man und dann führt man das hier ein. Wenn ihr hier guckt, der hat hier vorne acht Stellen. Die Glasfaser könnt ihr überall einführen. Das ist egal wo, weil Glasfaser ist ja Breitband. Der geht also breit in den Stecker rein. Im Gegensatz zum alten DSL. Das war ja quasi Schmalband. Da brauchte man dann zwei zum Beispiel. Und ja, das macht man einfach hier so dann in einen da rein. Bisschen vorsichtig sein. Jetzt würde man das in eine Krimpzange machen. Ich habe jetzt leider gerade keine da. Ist im Prinzip eine Zange. Da steckt man den Stecker rein, drückt einmal drauf. Und dann wird das Ganze verbunden. Und wenn man das macht, dann kann man danach hier das Ding ein bisschen drüber schieben. So, das ist jetzt gut. Wunderschön. Die Haare kann man auch abschneiden, wenn man will. Und das kann man jetzt mit der Glasfaser in den PC reinstecken. Und dann habt ihr eure Glasfaserverbindung auch zu Hause. Mit, wie gesagt, einer echten Glasfaser und nicht so Kupfer. So, Spaß beiseite. Ich weiß, das ist ein altes Plakat. Ich gehe davon aus, dass die inzwischen auch gelernt haben, dass das Unfug war. Das ist auch damals, ich glaube 2017, 2018 müsste das gewesen sein, durch die Medien gegangen. Aber trotzdem, es beschreibt relativ gut, wie gut an einigen Stellen da mit Glasfaser umgegangen wird. Und wenn wir uns angucken, wie schlecht die Glasfaserversorgung in Deutschland ist, dann wird sich da auch wohl in absehbarer Zeit leider nichts dran ändern. Schade. 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 Schade.